Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 30.09.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort und gleich ttv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützungs kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir, ich habe es euch gestern bereits vorgestellt, weil ich es zufälligerweise auf der Map gesehen habe, das neue dunkle Castor Outfit, beziehungsweise den neuen Style. Ja, geil. Also wir fangen jetzt einfach mal auf der rechten Seite mit Lama Kadabra an. So, müssen wir gerade nochmal neu starten. Mega cool das Teil, wirklich mega cool, gefällt mir sehr gut und kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Da haben wir ein Voting von 3,19 von 5 bei 32 Votes am 17. November 2018 das erste Mal drin gewesen, siebenmal seit dem 29, wie meine ich, das letzte Mal im Shop vor 152 Tagen, am 1. Mai 2019 war das. Elektroswing. Mega cooler Groove, man. Kriegt von mir auch 10 von 10. Hammer cooler Style. Jo, Elektroswing hat hier ein Voting von 4,65 von 5 bei 139 Votes am 22. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, 16 Mal seitdem 493 Reminders, das ist jetzt in meinem Shop vor 27 Tagen. Also das ist eine Hammerbewertung, mega beliebt. Goldgräber kriegt von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks, das Teil hat ein Voting von 3,45 von 5 bei 31 Votes am 6. März 2019 das erste Mal drin gewesen, siebenmal seitdem 15 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen. Dann haben wir hier die Dschungelsperren in Jungle Scout für 800 V-Bucks, ich finde die Nisu wirklich schön, kriegt von mir 3 von 10, ich weiß aber, dass die mega beliebt ist bei euch, hier haben wir ein Voting von 3,97 von 5 bei 78 Votes am 28. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, 28 Mal seitdem 493 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 41 Tagen. Dann haben wir den Ion, dazu habe ich auch ein kleines Gameplay-Video jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. 800 V-Bucks kostet das Teil, ich finde der sieht auch richtig cool aus, mir gefällt der sehr gut, geht von mir 9 von 10, hat ein Voting von 4,5 von 5 bei 16 Votes. Am 11. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen, viermal seitdem 8 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 49 Tagen am 12. August. So, dann haben wir als nächstes die Überlebenskünstlerin, die finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser, die kriegt 7 von 10 von mir für 1200 V-Bucks, hat hier ein Voting von 4,3, 6 von 5 bei 56 Votes am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen, 30 Mal seitdem 130 Reminders, hammerhart, das letzte Mal im Shop vor 229 Tagen am 13. Februar 2019. Ein Dreivierteljahr ist das jetzt her, dass dies jetzt mal im Shop war, schon verdammt lange Zeit vergangen seitdem. Dann haben wir den Lace, ja ich persönlich finde das Ding ziemlich hässlich, da hinten das Bärchen, Psycho-Bär, finde ich Psycho-Bär, finde ich mega cool, für 15 V-Bucks, kriegt von mir 6 von 10, ich finde Lace nicht so wirklich schön. Lace hat ein Voting von 3,49 von 5 bei 4,9 Spurzern, 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem 102 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 239 Tagen am 29. August 2019. Dann haben wir hier den Paradox, Paradox für 15 V-Bucks, ja, was soll ich dazu sagen, der Teil gefällt mir überhaupt nicht so gut. Er kriegt von mir auch 6 von 10, der Paradox, und er hat hier ein Voting von 2,89 von 5 bei 1,7 Spurzern, 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem 20 Spielen, Reminders jetzt mal im Shop vor 32 Tagen am 29. August. So, dann haben wir hier den Equilibrium, kann ich auch nicht so wirklich viel mit anfangen, mit dem Teil für 500 V-Bucks, kriegt von mir 5 von 10 der Equilibrium, hat hier ein Voting von 2,96 von 5 bei 26 Votes am 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem 5 Reminders jetzt mal im Shop vor 32 Tagen, dann sind wir bei der Allsicht-Picke, hier mit dem allsehenden Auge, 800 V-Bucks, kriegt von mir 6 von 10, die Vision-Picke hat hier ein Voting von 4,04 von 5 bei 79 Votes, am 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem 288 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen, ja. Und dann sind wir hier auch schon durch mit diesem Set. Und jetzt kommen wir hier zu dem Set, das bereits gestern drin war, das Steinherz, mega cool, Herzschmerz, cool, wie eine Statue, ist das nicht schön. So, wir schauen jetzt einfach mal ins Voting rein von euch, wie haben sich denn die Noten bis heute entwickelt. Hier haben wir Statuesque, Statuesque hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 2 Votes und dann haben wir als nächstes Stoneheart, oh krass, 4,63 von 5 bei 8 Votes und dann haben wir noch Cupid's Dagger und Cupid's Dagger hat ein Voting von 3,14 von 5 bei 7 Votes. Jo, megageil, megacool. So, und jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Wir kommen hier zu, fangen wir an mit den magischen Schwingen für 1200 V-Bucks. Relativ cool, die Teile kriegen von mir auf jeden Fall 9 von 10, haben hier ein Voting von 4,36 von 5 bei 50 Votes am 16. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Mal, 58 Spielmeine, das jetzt in meinem Shop vor 26 Tagen. Dann kommen wir hier zu der Zaubermacht, der sofort hatte sich die damals auch geholt. Für 800 V-Bucks das Teil, auswählbare Styles, schade, dass man die jetzt gerade hier, müsste ich dann in meinen Spinn, also in den Spinn von Herrn sofort rein. Kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Der Spellsling hat ein Voting von 4 von 5 bei 35 Votes am 16. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Zehnmal 40 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 86 Tagen am 6. Juli. So, jetzt ist es soweit. Hier ist er. Hier ist er, der Castor in der normalen Version. Und jetzt kommt dieser neue Style. Da habe ich übrigens gestern ein Video hochgeladen, wo man ihn das erste Mal dann auch auf der Map sehen konnte. Zumindest ich habe den das erste Mal auf der Map gesehen. Das sieht so geil aus, das Teil. Allerdings als Bot war auf der Map, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es sollen ja jetzt demnächst die Bots ins Spiel kommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass momentan schon Bots testweise im Einsatz sind auf der Map. Und das hier war einer davon in dem Video rechts oben verlinkt in der Ecke. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, Castor. Megageil. Die dunkle Version kriegt auf jeden Fall von mir jetzt ein 10 von 10. Das alte Voting von dem Castor kann man eigentlich fast gar nicht in irgendeiner Form jetzt noch hier gelten lassen. Ich werde es trotzdem mal einblenden, weil der alte Castor im Vergleich zu dem ist halt ein Unterschied wie Tag zu Nacht. Hier haben wir 3,55 von 5 bei 44 Votes. Am 16. November 2018 ist es erstmal drin gewesen. Siebenmal 52 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 117 Tagen am 5. Juni 2019. Und dann haben wir hier hinten auch dieses Backpack. Können wir uns auch mal angucken. Das sieht nämlich auch richtig geil aus. Das sieht man aber auch besser im Video, würde ich sagen. Mega cool. Aber nicht nur der Castor hat ein neues Outfit bekommen, einen neuen Style, sondern auch die Elmira. Und das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Das ist die normale Elmira. Könnte irgendwo bei Harry Potter sein. Und dann die hier. Und die sieht halt einfach nur mega geil aus. Also ich finde auch die hier. Wobei ich muss sagen, den Castor finde ich um eine Spur geiler als jetzt hier die Elmira in der dunklen Version. Die Hände auch hier, die brennen. Das ist mega fett. Elmira in der dunklen Version. Kriegt von mir 9 von 10. So. Arcane Künstlerset. So. Dann schauen wir mal rein bei der Elmira, wie da momentan die Noten sind. Auch die sind für mich nicht repräsentativ. Hier zahlen wir 3,56 von 5 bei 36 Votes. Am 16. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 6 mal 66. Reminders. Das ist eine... Das ist ja fast hier die Zahl. Passt ja ganz gut zu dem Ding. 6 mal im Shop 66. Reminders. So. Haben wir hier am 27. Juni das letzte Mal drin gehabt vor genau 95 Tagen. Ja, dann würde ich mal sagen, dann ist es jetzt Zeit, den Shop zu bewerten. Und dann mache ich das auch mal. Ich persönlich... Gut, ich finde hier dieses Set von gestern sowieso geil. Ich finde diese neuen Styles vom Castor, von der Elmira mega cool. Gut, ich bin jetzt nicht so begeistert von diesem Lace und Paradox Teil da. Auf der rechten Seite Elektroswing geil, Ion geil, Lama Kadabra geil, Überlebenskünstler und okay. Dschungelspielerin, mäh. Goldgräber, ja. Haben wir 4, 4 zu 2 und auf der linken Seite 2 zu 1. Also eigentlich muss ich ein Love It draus machen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich blende jetzt mal das Voting ein. Da haben wir hier momentan 590 Lovitz, 440 It's Mäh und 868 Hate It's. Von mir kriegt das einen dicken, fetten Daumen nach oben. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir, die man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.